Hallo und herzlich willkommen zurück zu Part 2 von New Super Mario Bros. V. Wir geht... Wir geht... Wir sind in der ersten Welt... Okay, ich lass es. Okay, wir sind in der ersten Welt und zwar im Schlosslevel. Bist du? Ja. Okay. Hey, warte aber, ich will den Eisblum. Aktivier du den Block, dann kriegen wir sie bei. Es ist wissenschaftlich bewiesen. Na toll. Ups. Alter, ich hab dich gerettet. Ich wollte dich doch... Äh, ich wollte... Ach egal, ich wollte dich. Ich geb's zu. Ja, wusste ich doch. Ich weiß, dass ich ihn nicht killen kann. Aber egal. Gut. Wir sind wieder zurück. Shigeru, Miyamoto. Miyamoto oder Miyamoto? Miyamoto. Bist du? Nein! Okay. Übrigens, ich spiele als Mario. Oh, nicht als Luigi. Das soll nur noch gar nicht erwähnen. Stimmt. Das sollst du eigentlich im Klaren sein. Wenn man den ersten Part geguckt hat, dann meine Fressen. Okay, geh. Okay, komm. Pfff. Alter, ich hab mir fast die spawnt. Oder wie das heißt. Äh. Ja. Also es wäre fast das ein bisschen raus. Schon klar. Sagt ja eigentlich, was glaub ich nicht? Schau mal. Help me. Oye. Alter! What the hell? What the hell? What the hell? Und äh, von der Linie. Wir müssen links. Ja, ah, rechts. Ja, meine ich ja. Scheiße! Hey, ich bin nicht hier. Woher kommt eigentlich sein Spitz, äh, der Spitz der Luigi? Ich weiß nicht. Schaut mal in die Kommentare! Ja, wenn das jetzt bei ihm jemand schaut. Wobei, ja. What the fuck? Nein, 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 nein! Oh! Oh mein Gott! Ah, die will auch haben! Okay. Okay. Wuhu! Wir müssen einbrushen. Alter, das war so knapp. Holzer! Nee, lass mich. Holzer! Alter! 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 Ja, der schr straight! F centimeter! Joelle Frank! Ich glaube, wir Ezra. Daszarט ist,agt, hab ichtoi zu sagen. Das ist weg, nach der Mittphane Ach! Das, jajajajaja. Ja! Die Haar! Lass mich zuerst! Okay, geh du! Okay, geh du, geh du zuerst. Hey, nein, du zuerst! Haha, du legst ich zuerst auf. Nein du! Nein du! Nein du! Okay! Ich finde es auf Facebook immer so geil, wenn Leute schreiben, Ich liebe dich. Nein, ich liebe dich. Ich liebe dich aber mehr. Nein, ich liebe dich mehr. Nein, ich liebe dich am meisten. Ich liebe dich aber immer zweimal mehr. Ich liebe dich noch mehr. Nein, ich liebe dich. Nein, du legst erst auf. Nein, du. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Bist du noch da? Du, du, du. Ich finde nicht was so geil. Okay, gleich haben wir den Ende. Okay, wenn du willst. Ja, das haben wir geplötigt. Ja, klar. Egal, ich schmeiß dich hoch. Ich bin aufgeführt. Komm. Ja, bring mir jetzt voll spielen. Alter, ich komme schon allein zurück. Nein, kommst du nicht? Nein, 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 was ist das? Das fängt mir gerade. Halt, stopp. Ich glaube, dass die Scheiße ist. Geh mir doch um die Straße. Nein. Rassismus. Rassismus. Ich möchte nicht schön. Danke. What the fuck? Arsch. Danke. Warte, hier ist mein Glock. Mit einem Appels. Ha, eine Frisur. Ich bin die Frisurin. Hey, hello, hello. Okay. Los geht's. Ich spring. Hello. What the fuck? Mich hat's nicht erwischt. Gleich wird's nicht erwischt. Hä? What the fuck? Alter, bin ja du verrechst. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Komm schon, du bist so scheiße. Hallo? Hallo? Geht's noch? Bist du dumm? Ja. Oh mein Gott. Was renne ich auch weiter? Was renne ich weiter? Mach keinen Ansprung, hallo? Ich weiß es nicht. Ich hab was rennesningen gesehen. Ich hab so ganz leicht seinen Bergstimmungen. und hier ist er er weiß auch was nur dort sind gegen die enthält es aus das ist nur noch ein die 3.15 mit den guten Aufhaltensfahrt wo er noch reinein und in Wartens die Kalle erhältlich Okay, mach Fails! Okay, da oben ist Bowser, da oben ist Bowser. Das heißt hier nicht. Werden wir zusammen bei mir. Mach! Achso, ich bin da. Okay, gut. Bowser ist genau da oben. Oder da, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hier ist er nicht. Es gab mal so eine App für mein Handy, das hat dir immer angezeigt, wo in Toothäusern Bowser ist und oh fuck. Ja, wo Bowser ist und wo nicht. Es war nicht geil, aber ich hab's mir nicht gedownloadet. Okay. Weil ich glaube, dass das Spiel zu 100% gemacht hat und es gar nicht mehr gebraucht hat. Achso. Gut, dann gehen wir in 1-4. Oh nö, ich mag das Leben. Ich weiß gar nicht, welches das ist. Ich weiß gar nicht, welches das ist. Ich glaube, das ist ein Wasser. Oh ja. Oh. Oh, das Leben nutzt mich wieder. Das stimmt. Egal, da unten gibts auch noch mal Power. Gärde ein zweiter runter. Das finde ich auch möglich. Oh nötig. Everybody was Kung Fu fighting. Aktiviert mal von oben. Ach, Schlafattacke. Klar. Ich wolle mich doch nach den Nulliß, wann ich es möchte. Ja, ach nee. Okay! Hände! Hey du! Hände! Okay, nein nein! Halt! Stopp! Kann ich das enthält quetschen? Ja! Ich mache nicht so einen Death wie ein Castlefall. Was? Ach egal! Oh, die Krülefischen passen. Aber die Lidern, die kleinen mit den geilen Frisuren, die finde ich doch scheiße, Papa. Die Mancha, also die wollen dich aufessen. Nein, die sind auch scheiße, aber ich rede gerade von anderen. Ach so, ja. Die Lidern, die am Ende von diesem Level kommt. Ja. Aber die haben voll die Style-Frisur, das Mann. Voll die kleine Legereist, Alter. Das ist schon nicht ein erfahrender Mensch. Ich weiß nicht. Lass mich das. Jojo. Das war halt der Edi. Ach so. Oh. Egal, ey. Geh einfach da, da ist nochmal, ähm, Eisblume. Macht's ja keinen Sinn, aber... Stirb, du trägst viel. Nee, kann eigentlich nicht sterben. Ja. Halt, stopp. Idiot. So macht man das. Ja, ich weiß. Ah! Alter, entschuldige mir, wie die nochmal angeklappt ist. Engel tutst du das so. Ja. Ja. Samal! Da! Frischst du! Samal! Das ist scheiß komisch. Ich hole mir irgendwie jemals. Wir müssen einhaken. Oh, warte, warte, warte. Ja. Du weißt doch. Ja, gut. Geh mal holen. Alter, ich hab was hinten ab und laufen." Nicht schlecht. Wie findest du eigentlich die Jugend von heute? Okay, das ist jetzt schon bitter, oder? Oh man! Die Jugend von heute. Scheiße. Okay, wir kommen wieder. Also ich meine Scheiße wegen... Wartet da. Leine... Pass auf, pass auf. Ich weiß, dass er wieder kommt. Ach nö, der sinkt unter. Scheiße. Vielleicht warte. Heu du Charlotte. Keine Ahnung. Ach schade. Press. Scheiße, wir müssen das nämlich nochmal machen. Du prallst mich. Komm schon. Oder presst du mich mal. Ja, du bist ja leichter. Nein, wir müssen das nämlich nochmal machen. Gibt's keinen Weg drauf vorbei, oder? Ich weiß nur, weil du so blöd bist. Ich weiß. Okay, töten wir uns. Come on guy. Nein. Mein Leben war eh nicht lebenswert. Oder mach doch Blasen, dann hätten wir kein Leben verschwendet. Oh man, die sind so zorn. Oh man. Meine Frise. Wie lang geht der Part? Zehn Minuten, okay. Wieso, ich nehme mir noch eine extra Eisblume mit. So, wollen wir nicht nützt? Wir eigentlich nehmen mal einen Pils. Wir hatten keinen. Oh, okay. Dann ist das gut. Nein, das wäre auch unnötig. Hier ist doch die schlechte Stimme. Hä? What the... Okay. Verlässt mich meine Reaktionsstelligkeit im Stich. Hallo? Hey. Dammit. Hä? Jetzt folgst du mir auch noch. Alter, pass auf. Alter. Wir haben so ethics genutzt, wenn ich warte. Warte, setz dich einfach auf die Blöcke. Activate. Halt, stopp, die nehme ich. Auf Blöck. Okay. Du gehst. Wieder. Okay. Oh, ich war als best. Wenn ich ein Schnalzer bin. Wow, wow, wow. So wie du vermisst. Und das nächste Mal lässt du mich das anlegen. Ist das klar? Du bist lieber. Ja. Äh. Nein. Halt, stopp. Ich hab's geschafft. Kann man eigentlich schreien? Ja, ja. Da kann man runter. Und da gibt's ein paar, äh, Manschen. Ich hab... Ah, die... Es fischen. Ah, die... Das war ja noch ganz genau... Ah, nee. Unter dem Legis Label. Ja, ja, wo ich sag das. Das weiß auch. Oh, Klar. Halt... Warte, ruhe. Warte, ich will auch noch... Eh, 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 eh. Hier kann ich nicht rein! Ja, das wird wieder, ne? Ja, dann einmal atérofen die Strategy ausfassione. Nein, dann sterben sie dann unduj cuando mal sí. 감 조ph geklapp. Ah, nein, nein, warte. Hecht doch. Hecht doch! Halt Stopp! Halt Stopp! Hach! Halt Stopp! Hast du mal jemand von euch mal Europa-Punk? Halt Stopp! Halt Stopp! Es kam zu spät. Ich war gestern Europa-Punk, das war geil. Bluchweier! Aber ich sag jetzt nichts mehr! Halt Stopp! Halt Stopp! Wartet, was mach ich? Ich weiß nicht. Schub mich in die andere Richtung. Halt Stopp! Toll! Du hast gesagt, du bist doch nicht in die Erde, du bist doch schon... Ja, aber nicht während du springst! Alter, bist du eigentlich doch! Egal! Ja, wieso nicht so genug Bonnaps? Äh, ja, natürlich. Zwölf oder so, oder dreizehn. Ich sag dir, Mario Bros. ist nicht so. So man lässt sich nur super Mario Bros. Hm, ich hab 14... Ey, da können wir einfach durch, wie geil! Warte, wollt ihr zum Ende des Parts den Gumbug töten, weil ich mein... 13 Minuten... Okay, wenn er uns mal kriegen sollte... Schäge Fu! Ja! Warte, ich hab ne Special-Taktik, wie man alle Gumbug auf einmal besiegt, okay? Lass mich mal ran! Ja, ich weiß schon! Nee! So! Stamm-Taktik gemeinsam! Alter, ich schaue doch doch! Egal! Ha! Der rum gehört mir! Aber ich steh vor Tod! Ich steh vor Tod! Nein! Warte, du schaust ihm dieser Geschrei! Ja, das tue ich! Du hast eine schöne Schlinge, du! Ja, ich bin ein Schlinge! Okay, dann beenden wir diesen Part und sehen wir uns wieder! Ah, halt, 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 stopp! Ja! Wir werden diesen Part! Miau! 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 Ich liebe es! Ich nicht! Okay, dann beenden wir diesen Part und sehen wir uns wieder im nächsten! Chris Letf Let's Play! Nein! Tschö! Tschö! Tschö!